Herzlich willkommen zum Podiumsgespräch hier auf der Veggie World. Wir werden jetzt die nächste Stunde über das Potenzial von veganen Produkten sprechen und auch so ein bisschen in die Zukunft schauen, weil meine drei Podiumsgäste haben alle vegane Unternehmen und alle noch recht jung. Also wir freuen uns, was da noch in Zukunft passieren wird. Mein Name ist Simone Fuhrmann. Ich bin von Swisswag und ja, ich freue mich sehr, euch hier willkommen zu heißen. Ich fange hier kurz an. Das ist Kevin Schmid. Er ist der Gründer von Outlaws Food und Bakery Bakery. Wird euch gleich noch selber von der breiten Produktpalette erzählen dürfen. Daneben Sibylle Oetika, Gründerin von Sesay, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Sie verkauft mit ihrem Unternehmen vegane Schuhe aus Apfelleder. Und der dritte Podiumsgast, Pascal Biri, Mitgründer von Planted, kennen wahrscheinlich die meisten Leute von hier. Fleischalternativen aus Pflanzenproteinen und hauptsächlich aus Erbsenproteinen. Genau. Vielleicht können wir auch eine kurze Umfrage machen. Wer kennt schon Outlaws Produkte? Bakery, Bakery. Geil. Genau. Die Schuhe. Wer kennt schon die Schuhe? Weniger, aber good to know. Und Planted. Wer kennt schon Planted? Ja. Gut. Dann zum Ablauf. Die drei dürfen sich gleich selber einmal ein bisschen genauer noch vorstellen. Dann werde ich ein paar Fragen stellen und dann, wie das beim Podium so üblich ist, dürfen gerne aus dem Publikum auch spannende Fragen kommen. Wir können gerne bei dir anfangen. Gehört man mich? Ist gut. Mein Name ist Ken Schmidt. Ich bin 1929 und habe Outlaws Food gründet, rund vor vier Jahren mittlerweile. Und Outlaws Food ist so ein wenig sehr wild entstanden, sehr chaotisch entstanden. Es ist nicht nach einem Businessplan, nach einer Theorie entstanden. Es ist wirklich aus ethischen Gründen entstanden. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr als Koch weiter arbeiten. Ich kann nicht mehr als Koch, nicht vegane Produkte verkaufen oder zubereiten. Und habe mich dann entschieden, dass ich mich selbstständig mache. Zuerst mit einem Foodtruck, wo das Ganze angefangen hat. Und dann habe ich irgendwie, wie das so ist, jede Opportunität, wo ich kam, probiert zu nutzen. Sehr viele auch genutzt, die ich heute nicht mehr nutzen würde. Und aus dem Ganzen, was wir gemacht haben, sind sehr viele Pop-Ups entstanden, sehr viele Projekte entstanden, Eventgastronomie. Und was jetzt aktuell so ein bisschen der Stand ist, was sich in den letzten Jahren herauskristallisiert hat, was sich auch mit mehr Theorie und mehr Businessplan und mehr als ein Businesscase aufgebaut ist. Was sich herauskristallisiert hat, ist, dass wir Bakery, Bakery haben und Outlaws Food. Das sind eigentlich unsere zwei Standbeine. Outlaws Food, was ganz klar als Fleischersatzhersteller steht. Und Bakery, Bakery, wo vegane Bachware, schweizwit, allen Menschen, die zugänglich machen wollen, als grosses Ziel, komplett CO2-neutral zu werden, haben wir da eigentlich unsere zwei starke Standbeine entwickeln können. Und das ist auch oft die Challenge, dass wir eben zwei Bereiche haben, die wir irgendwo abdecken müssen. Andererseits ist es eine extreme Synergie, die wir nutzen können, mit zwei Firmen quasi einem Dach zu haben. Genau, das ist so ein bisschen ein kurzer Überblick, was wir so machen. Und dann würde ich gerne an dir jetzt weitergeben. Sollen wir auf Schweizerdeutsch weitermachen oder lieber Hochdeutsch? Gibt es jemanden, der kein Schweizerdeutsch versteht? Ja, dann lieber Hochdeutsch. Dann wechsle ich auf Hochdeutsch. Ja, also hallo zusammen. Mein Name ist Sibyl Oettiker und ich bin die Gründerin von Sechei. Ich mache nachhaltige Schuhe aus Apfelleder. Und es wundert mich nicht, dass noch nicht so viele Leute hier im Publikum die Marke kennen, weil ich bin noch ganz jung. Ja, ich bin zwar 40 schon, aber mein Unternehmen ist noch ganz jung. Und zwar habe ich vor gut eineinhalb Jahren nach einem Zeitungsartikel über die Lederindustrie für mich selber entschieden, dass es in Zukunft eigentlich nicht mehr unbedingt Leder sein muss. Und ich wollte mir dann ein paar vegane Pumps kaufen, einfach so klassische vegane schwarze Pumps. Da gibt es auch einiges. Aber ich habe die Angewohnheit, dass ich bei Lebensmitteln, auch Kosmetika, so ein bisschen genauer hingucke. Wo kommt das her? Wie ist das zusammengesetzt? Und dann habe ich festgestellt, dass diese veganen Schuhe eigentlich immer aus Kunstleder und damit aus Plastik sind. Und das ist zwar vegan, aber das ist aus meiner Sicht nicht so nachhaltig. Und dann habe ich weiter recherchiert und bin auf diese pflanzenbasierten Lederalternativen gestoßen. Und da gab es auch schon Brands, die irgendwie Taschen und Accessoires hergestellt haben, aber hat noch niemand, der daraus Schuhe gemacht hat. Vor allem auch elegante und schöne Schuhe. Und ja, da habe ich mir gedacht, okay, mache ich das jetzt selber. Und so ist es eigentlich dann aus dieser Idee, haben wir angefangen, verschiedene Materialien zu testen, haben gesehen, das funktioniert. Und ja, dann ist aus dieser Idee ein kleines Unternehmen entstanden. Und ich habe letzten Sommer gelauncht, bereits jetzt die dritte Kollektion eigentlich herausgebracht. Und die Schuhe gibt es online zu kaufen und seit einem Monat bei Yedmoli und sehr bald dann auch bei Revolve in Zürich und Bern. Das funktioniert so. Ja, genau. Hallo zusammen, ich bin Pascal Biri. Ich habe vor diesem Sommer, sind es drei Jahre, seitdem wir Plante gegründet haben, zu viert. Inzwischen, wir hatten gerade gestern Abend ein Company Get Together. Ich sehe ein paar Gesichter, die gestern auch am Feiern waren mit uns. haben wir uns die verspätete Weihnachtsfeier nachgeholt. Es sind zwischen 170 Leute in irgendwie sechs Ländern. Und was uns wichtig ist bei Plante ist, ich glaube, wir müssen nicht großen Sinnhaftigkeit, Sinnlosigkeit vom Tierkonsum reden. Speziell nicht hier. Ihr wisst wahrscheinlich noch mehr Fakten als ich. Aber unser Ansatz bei Plante ist, dass wir über Technologie und wirklich das Wissenschaftsgetriebene versuchen und die Überzeugung sind, dass wir Fleisch aus Pflanzen schlussendlich besser, saftiger, gesünder, sowieso nachhaltiger und schlussendlich auch günstiger herstellen können als Tierfleisch. Das ist so ein bisschen ein vielleicht, in der Technologiewelt würde man sich da vielleicht Tesla als Vorbild geben, das vor zehn Jahren auch noch die wenigsten Leute angesprochen hat. Inzwischen, jeder, der die Rechnung macht, gibt sich ein Elektroauto, weil es einfach schlichtweg, wenn man ein Auto braucht, weil es schlichtweg das Richtige ist, auch finanziell. Und ich glaube, wir müssen das Thema Ernährung, das Thema die Auswirkungen unserer Ernährung auf die Umwelt noch viel mehr aufs politische Parkett bringen. Dass es zum Beispiel in Glasgow kein Thema war, ist super lächerlich. Und wenn man sich einmal vor Augen führt, wie viel, ja eben, wie gesagt, preaching to the choir hier wahrscheinlich, aber was für Auswirkungen unser Fleischkonsum auf die Umwelt hat, auf unseren Planeten, ja, ist eh schon kurz vor knapp. Und deshalb, ja, unser Drive auch wirklich Fleisch aus Pflanzen günstiger, besser, nachhaltiger und schmackhafter herzustellen. Ja, vielen Dank für eure Vorstellungen schon mal. Meine erste Frage geht an dich, Sibylle. Du hast gesagt, dass ein Zeitungsartikel über Leder dich dazu gebracht hat, ein bisschen näher sich mit dem Thema zu beschäftigen. Kannst du ein bisschen über diesen Artikel sagen oder warum ist die Herstellung von Leder so schlecht und was ist nachhaltiger an deinen Schuhen? Ja, also Leder, ich muss vielleicht dazu sagen oder vorab sagen, ich habe eigentlich in der Vergangenheit immer, wenn ich mir irgendwie Taschen, Schuhe oder Gürtel gekauft habe, darauf geachtet, dass es Leder ist. Im Glauben, dass es ein nachhaltiges, natürliches Qualitätsprodukt ist, ein Nebenprodukt der Fleischindustrie und das ist leider schon nicht immer so. Also Leder ist in der Regel nicht deklariert. Das kommt häufig irgendwo aus China oder Indien beziehungsweise dann Bangladesch. Und neben dem Tierwohl und auch dem enormen Ressourcenverbrauch der Massentierhaltung haben vor allem eben auch diese Gärberei, diese toxischen Gärbereiprozesse extrem negative Auswirkungen auf die Umwelt generell, aber auch auf die Menschen, die dort arbeiten. Also wenn man sich damit mal so ein bisschen vertiefter auseinandersetzt, das ist wirklich grauenhaft oder die Leute, die stehen da in diesen giftigen Tanks irgendwie ungeschützt, barfuß, haben häufig irgendwie Haut- und Atemprobleme. Und ja, das ist einfach etwas, wo ich dann für mich wirklich entschieden habe, dass ich das nicht mehr unterstützen möchte. Und eben das gängige vegane, die vegane Alternative dazu ist das Kunstleder und das ist halt einfach Plastik und das Apfelleder, das wird aus Überresten der Apfelsaftproduktion hergestellt. Das ist also kein Food Waste, das ist so der Trester, also der Hautkernstile, das wird dann getrocknet, pulverisiert, noch mit ein bisschen Polyurethan als Bindemittel angemischt. Aber das Apfelleder, mit dem ich arbeite, das besteht jetzt zu 70 Prozent bereits aus Apfelresten. Dann wird es eigentlich so auf ein Gewebe aufgezogen und dann gepresst und dann hat man eigentlich ein viel stärker biobasiertes Kunstleder, wenn man so will. Und das hat auch die Eigenschaften wie Robustheit und Abrieb, das verhält sich sehr, sehr gut. Es kann auch bei Regen getragen werden, das finde ich persönlich auch ein weiterer Vorteil jetzt gegenüber tierischem Leder. Das heißt, es war eigentlich nicht nur nachhaltig, kannst du dann auch aus ethischen Gründen den Arbeitern in der Übersee zum Beispiel... Ja, also für mich ist dann irgendwie, also es war immer klar, wenn es nicht Leder ist, dann muss es vegan sein. Und vegan ist für mich wie ein Teil von Nachhaltigkeit. Aber also der Haupttreiber bei mir war eigentlich schon auch wirklich so dieses Nachhaltige. Und das hört bei mir nicht nur beim Material auf, sondern ich finde, man muss schon gucken, dass irgendwie die ganzen Wertschöpfungsketten so nachhaltig wie möglich sind. Also das geht bei Mode und auch bei Foodproduktion dann natürlich weiter mit, wie verarbeitet man das Ganze und so. Ja. Und bei euch, bei Kevin, was ist so euer Ursprung? Also ging es dir eher um Nachhaltigkeit oder eher ums Ethische? Also mir ging es vor allem um Ethik, aber für mich ist Nachhaltigkeit und Ethik ein Thema im Endeffekt. Also die Nachhaltigkeit zu gewährleisten gehört zu einer gesunden Ethik für mich. Und der Hauptgedanke war auf jeden Fall das Tierwohl. Also ich habe selbst auch einen Hund, was einerseits irgendwie auch ein bisschen ambivalent sein kann. Und trotzdem war es für mich irgendwie nicht mehr denkbar, tierische Produkte zu essen. Wenn ich mir überlege, ich streiche meinen Hund und haben Schweine viele auf dem Teller, könnte auch mein Hund sein. Und irgendwie diese Logik stimmt für mich nicht. Und es geht dann viel weiter über, dass ich es effizient einfach sinnlos finde, dass man irgendwie über Tierfutter Tiere ernährt und diese dann isst und so viele Verluste hat. Oder dass man indirekt den Tier B12 supplementiert. Und anstatt das direkt zu supplementieren, sind für mich so Sachen, wo ich einfach nicht logisch finde. Und ich bin sehr ein nutzungsorientierter Mensch. Ich brauche jede Handlung, die ich mache, braucht für mich irgendeinen Nutzen oder für jemand sonst. Und das ist nicht gemeint, dass der Nutzen immer Geld sein muss oder so, sondern einfach es muss Sinn ergeben. Ich habe keinen Grund, jetzt das Glas hier rüber zu stellen, wenn es keinen Sinn ergibt. Und so ist es auch bei meiner Ernährung oder so. Ich will was machen, das irgendwem was bringt und irgendwie unserer Welt was gibt. Und Tierkonsum ist etwas vom Sinnlosesten, das man überhaupt machen kann. Also es gibt keinen Grund, schlichtweg keinen einzigen Grund, der dafür spricht. Nicht mal der Geschmack. Ja, da kann ich dir zustimmen auf jeden Fall. Das heißt, du hast dich vorher vegan ernährt und hast dann Outlaws gegründet. Genau, also ich habe vegan noch kurz im Restaurant gekocht, in einem Bio-Restaurant. Und eigentlich sehr gute Produkte verkocht, aber immer noch Fleisch- und Milchprodukte. Und habe gemerkt, dass ich das nicht mehr vereinbaren kann. Am Anfang habe ich die Soßen zum Beispiel noch probiert, aber das Fleisch nicht mehr. Und irgendwann habe ich nicht mehr probiert und nur noch gekocht. Und es war mir auch irgendwie komplett egal, wie das schmeckt, weil ich einfach das nicht mehr wollte. Und das war der Ursprungsgedanke, dass ich dann auch selbst das Unternehmen gegründet habe. Ja, macht Sinn. Pascal, bei euch war, glaube ich, die Entstehungsgeschichte ein bisschen anders. Ihr seid ja ein ETH-Spin-Off. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen. Ja, ich glaube, bei uns gibt es vier verschiedene oder dann, als mehr Leute dazu kamen, ganz, ganz verschiedene Beweggründe, warum Planted, warum, also es könnte ja auch Outlaws sein. Im Endeffekt geht es, glaube ich, darum, dass wir bei uns der Überzeugung sind, dass wir über Technologie diesen kulturellen Shift unterstützen müssen, weil, du sagst es schon richtig, es gibt eigentlich keinen Grund, eben rein schon aus Effizienzgedanken, ein Tier hochzuziehen, irgendwie mit Energie und Nahrung vollzustopfen und Antibiotika und weiß auch nicht was alles. Völlig ineffizient. Aber der einzige Grund, den es, glaube ich, gibt, ist, dass sich ganz, ganz viele Menschen daran orientieren, so zu essen. Das ist so ein kultureller Überbleibsel, oder? Ich glaube, Rolf Hiltl, der bei uns im Verwaltungsrat sitzt und ganz, ganz früh, der redet von sieben Generationen, die es braucht, bis so Essgewohnheiten ändern oder sich wirklich nachhaltig verändern auch und nicht mehr so weitergegeben werden. Und so viel Zeit haben wir einfach schlichtweg nicht. Und deshalb machen wir halt dieses Fleisch so ähnlich wie möglich und so einsetzen, also dass man es so einsetzen kann wie halt das tierische Pendant. Bei mir persönlich, warum Planted war, das ist ein bisschen peinlich. Ich habe es erst so vor sieben Jahren gecheckt, dass es überhaupt keinen Sinn macht, Tiere zu essen. Ja, eigentlich wirklich ein bisschen peinlich, wenn man sich so überlegt. Es ist so logisch, oder? Im Nachhinein. Vielleicht liegt es daran, dass mein Großvater Bauer war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, war es so diese Logik, dass es einfach schlichtweg nicht geht, noch mehr Regenwald abzuholzen, noch mehr Soja anzupflanzen, um noch mehr Tiere zu füttern. Das ist irgendwie, wir haben nur diese eine Welt. Das macht überhaupt keinen Sinn so. Und ich glaube, bei zwei meiner Mitgründer waren es eher so, die nächste Generation ist auf die Welt gekommen. Was wollen wir für eine Welt hinterlassen? Ich glaube, alles gute Gründe. Ich glaube, ganz viele Mitarbeiter bei uns sind so Tierwohl first. Auch super gut. Bei mir war es schlichtweg so dieser Ressourcenallokationsgedanke. Und glaube ich auch, dass man halt über ein Produkt schlussendlich wirklich einen Wandel treiben kann. Leuten eine Freude machen kann und irgendwie eine Option bieten kann. Hey, wenn du in Zürich geschnetzeltes Essen willst, I get it. Es schmeckt halt auch gut, aber kochst du doch mit dem und nicht den Zwang, oder? Ich glaube, Menschen kann man nicht über Zwang steuern. Sonst hätten wir schon lange höhere, oder hätten eigentlich Flugabgaben und CO2-Abgaben und so. Und das geht einfach alles viel zu lange. Deshalb dieser Wunsch auch über Unternehmertum, über ein Produkt, Leute zu begeistern. Und eine Wahl zu geben, die noch gut schmeckt. Das war so der Haupttreiber bei mir. Darf ich vielleicht da gerade einhängen und dir zu 100% zustimmen? Ich glaube auch, es braucht, wenn wir auch über das Potenzial veganer Produkte sprechen, es braucht gute Alternativen. Und die Leute, die brauchen lange, um ihr Verhalten zu ändern. Der Mensch ist faul und die wollen irgendwie eine gute Alternative haben, die convenient ist, die schmeckt, die bei Mode irgendwie hübsch aussieht, genauso bequem und praktisch ist und so weiter. Und ich glaube auch, dieses Versuchen positiv aufzuzeigen, dass es eben geile Alternativen gibt, das ist auch für uns Unternehmer schlussendlich eine Chance. Ja, definitiv. Und wie ist jetzt bei euch beiden, eher im Food-Bereich, der gesundheitliche Aspekt? Möchte jemand starten? Genau. Also bei mir und bei Outlaws war der gesundheitliche Aspekt nie der Hauptfokus. Also wir haben nie irgendwie über die Gesundheit kommuniziert oder so. Wir sind auch hier ein wenig anders als viele andere Startups im veganen Bereich. Vielen Orten geht es darum, Weizen aus dem Produkt zu kriegen. Wir sagen, wir haben kein anderes Allergen außer Weizen. Wir haben gerade unsere neuen Guidelines für unsere Produkte erschaffen und es war wirklich der Konsens im Team, dass wir weiter mit Weizen arbeiten wollen, weil wir eine sehr nachhaltige Ressource finden. Also kommt wieder der Nachhaltigkeitsaspekt und auch, dass die Gesundheit von Weizen halt nicht per se irgendwie schlecht ist, sondern der Ruf schlecht ist. Und deshalb sind wir auch daran, gewisse Studien zu machen und Auswertungen zu machen, dass wir aufzeigen können, Weizen nicht gleich Weizen und Verarbeitung hat auch einen Einfluss. Und hier ist es wieder spannend, dass wir auch die Bakery-Bakery haben, wo wir eigentlich ausschließlich den Weizen zum Nutzen machen. gemacht haben und zum Beispiel bei der Sauerteigproduktion oder fermentierten Teige passiert etwas bei diesem Stehprozess. Und genau diese Gedanken machen wir auch bei Outlaws, bei den Produkten aus Weizenprotein. Es ist ein Unterschied, ob du ein Weizenprotein industriell herstellst oder ob du das mit Zeit herstellst. Wir sind hier noch nicht irgendwie komplett am Ziel, dass wir Aussagen machen können und komplett alles hinterlegen können. Aber wir sind daran, dieses Thema am Aufzeigen. Und zusätzlich haben wir unsere Produkte mit Vitamin D neu jetzt gerade, mit B12 und Eisen angereichert und einen Proteinwert von rund 28, 29 Gramm pro 100 Gramm. Also ich würde definitiv sagen, dass fast jedes vegane Produkt immer noch gesünder als Fleisch ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jedes ist. Das wäre zu weit aus dem Fenster gelehnt. Aber der Grundsatz ist auf jeden Fall so, dass Fleisch, ich stelle es mir halt auch einfach vor, was passiert, wenn ich Fleisch irgendwo stehen lasse und das einfach mal eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen stehen lassen. Es stinkt, es moddert, es wird wirklich so richtig ekelhaft. Und was passiert, wenn ich ein Gemüse stehen lasse? Es schimmelt vielleicht ein bisschen und das ist so. Und das passiert ja auch im Bauch. Also ich glaube, niemand will, dass der Bauch sich verätzt wegen dem Fleischkonsum. Also ich denke, es ist auch wieder sehr logisch hinzuführen. Ich belaufe mich nicht gerne auf Studien oder Ernährungsphysiologie oder so, weil ich da auch nicht der beste Kenner drin bin. Aber hier kommt wieder der nutzensorientierte Mensch. Es muss alles logisch sein. Und der ganze Prozess, dass es gesünder ist, ist schon einfach logisch. Ja. Ja, kann ich eh voll zustimmen. Bei uns ist der Anspruch schon ein bisschen ein anderer, wenn wir ein Produkt, sagen wir mal, pflanzlich nachbauen. Beim Chicken zum Beispiel, beim Pulled Pork oder beim Kebab ist unser Anspruch immer, dass wir all die positiven Eigenschaften, die Macros, die durchaus positiv sein können. Ich glaube, wir hätten uns als Mensch nicht so entwickelt, wenn wir nicht ein paar Tiere gegessen hätten früher. Aber lassen wir uns mal dahingestellt. Dass wir das jetzt nicht brauchen, ist eine andere Diskussion. Wir wollen halt wie die positiven Eigenschaften, die Macros vom Tier nachbauen. Und das ist unser Anspruch an unsere Produkte, dass wir nichts lancieren, dass halt zum Beispiel nicht den Proteingehalt oder die Bioverfügbarkeit vom Protein nachbaut vom Chicken, beim pflanzlichen Chicken, beim Planted, gleich beim Kebab. Und das Schöne daran ist, ja, wir können die tierischen Produkte noch viel besser machen. Also ja, wir können das Positive kopieren und gleichzeitig noch Ballaststoff reinbringen, oder? Gut für Bedauern. Gleichzeitig beim Kebab Fettgehalt hart reduzieren und schmeckt immer noch besser. Von dem her, glaube ich, schon wichtig, dass wir gerade, wenn wir die Fleischesser abholen wollen, da auch, ja, bei den Schuhen ist wahrscheinlich eine Funktionalität, oder? Regen- oder Anpassungsfähigkeit an die Füße. Das hilft gegen den Regen. Das Trockenbleiben bei diesen veganen Schuhen ist nicht so gut. Ja, und beim Essen ist halt unser Anspruch, das Positive zu kopieren. Genau, deswegen, ihr setzt auch Vitamin B12 zum Beispiel zu. Genau, das ist ein fermentiertes Wässerchen, das da noch dazu kommt, genau. Als fünfte Zutat, stimmt. Gut, dann möchte ich so ein bisschen auf die Rohstoffe zu sprechen kommen. Wir hatten uns im Vorgespräch schon darüber unterhalten, wo das Apfelleder herkommt. Das finde ich auch noch sehr interessant, das kommt nämlich nicht aus der Schweiz, obwohl hier viele Apfelbäume sind. Ja, genau, ich habe, als ich gelauncht habe, auch einige Kontaktanfragen von so Thurgauer Apfelproduzenten gekriegt. Aber es ist so, es gibt im Moment eigentlich erst zwei Hersteller von Apfelleder. Der eine kommt aus Europa und der andere kommt aus Japan. Und ich arbeite mit dem japanischen Produzenten zusammen. Das ist natürlich hinsichtlich Transportwegen nicht nachhaltig. Es ist aber leider so, dass das europäische Apfelleder, das im Moment auf dem Markt verfügbar ist, nur irgendwie so rund 30 Prozent Apfelresten drin hat. Also sprich immer noch über die Hälfte aus Plastik besteht. Und das ist für mich irgendwie zu wenig. Das ist kein Game Changer für mich. Und wir haben beide Materialien getestet. Und es hat sich auch noch gezeigt, dass das japanische Apfelleder besser für die Schuhproduktion selbst funktioniert. Und das war ein schwieriger Entscheid für mich. Ich habe mich dann eigentlich gegen die Nachhaltigkeit des Transportweges entscheiden müssen, aber für die nachhaltige Zusammensetzung des Produktes und auch für die Qualität des Produktes am Ende des Tages. Und ich glaube, es ist auch ein gutes Beispiel, dass Nachhaltigkeit sehr komplex ist und es eben nicht immer ein richtig oder falsch gibt, sondern häufig so ein Abwägen von Vor- und Nachteilen ist. Ich glaube, gerade jetzt, wenn es darum geht, so um Lederalternativen, da wird es in den nächsten Jahren sehr viele Innovationen geben. Und diese Unternehmen, die sind alle auch noch recht jung, die tüften natürlich auch und versuchen, das alles irgendwie nachhaltiger zu machen. Und ja, also es ist bei mir jetzt zumindest nicht in Stein gemeißelt, dass das dann immer das japanische Apfelleder ist. Mir ist selber ein Dorn im Auge. Aber trotzdem habe ich mich dafür entschieden. Ja, genau. Es gibt ja auch noch Leder aus Pilzen, Ananas. Genau, aus Kaktus, aus Wein, ganz genau. Ja, also es ist ein sehr flexibler Markt oder im Augenblick, denke ich. Ja. Wie sieht es bei euch aus mit den Rohstoffen? Kommt auch nicht unbedingt aus der Schweiz, oder? Das Rapsöl und das Wasser. Also zwei von vier. Nein, das Erbsenprotein und die Erbsenfasern beziehen wir aus Europa im Moment. Wir sind allerdings, und ich glaube, das kommt auch echt gut, auf einigermaßen guten Weg, nächstes Jahr einen Großteil der Schweizer Erbsenernte einzufahren und dann endlich auch Schweizer Rohstoffe zu haben. Vielleicht kurz ausholen, warum nicht. Genau, das war... Ja, weil schlussendlich ist Nachhaltigkeit muss weitergehen, als nur, ja, es wenigstens pflanzlich gut ist, oder? Sondern gerade Essen ist super lokal. Also sollte es super lokal sein. Und wir haben, ja, jetzt die Erbsenproteine aus, das meiste aus Westeuropa, die wir verarbeiten. Wir finden diese Qualität, die wir brauchen in der Schweiz nicht, oder eben noch nicht. Wir sind aber sehr proteinagnostisch unterwegs. Das heißt, wir haben so, glaube ich, 250 Proteine oder so in der Datenbank oben im Labor, die wir untersuchen und die wir versuchen so zusammenzumischen, dass es Sinn macht. Und Nachhaltigkeit oder, sagen wir mal, kurze Transportwege ist da eine wichtige Eigenschaft, die reinfließt in diese, sagen wir mal, Auswertung. Aber schlussendlich muss das Produkt auch gut sein und verfügbar. Ja, ich glaube, wir sind jetzt der zweitgrößte Erbsenproteinabnehmer für Fleisch aus Pflanzen nach Beyond Meat in Europa. Und das heißt halt schon, wir brauchen dann ein bisschen, ja, auch so Plan B, S, Cs, gerade wenn die Ernte wieder so schlecht ist wie letztes Jahr zum Beispiel. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, die Schweiz hat sich endlich dazu durchgerungen, dass ab nächstem Jahr die Bauern, die Erbsen anpflanzen, dieselben Subventionen bekommen, wenn die Erbsen in die Human Nutrition gehen, wie wenn sie in die Futtermühle gehen fürs Tierfutter. Ich glaube, das ist so ein Riesenerfolg. Der einfach so dann politisch endlich gekommen ist. Wäre mir lieber gewesen persönlich, wenn man beide Subventionen abgeschafft hätte, aber jetzt macht man das wahrscheinlich politisch einfach und gibt es einfach für beides. Ja, und ich glaube, da ist super wichtig, dass wir auf diesem Weg weiter pushen, weil was jetzt passiert mit der Super-Tragödie in der Ukraine, diesem Krieg, oder dass irgendwie 30% des Weizens weltweit aus dem Handel geht oder aus dem Angebot. Man sieht so, Hühnchenbrust aus Brasilien ist in der Zwischenzeit 80% gestiegen im Preis. Also wir sehen so, wie diese Auswirkung, mittelgroße, schon riesige Auswirkungen hat auf das wirklich billige Fleisch. Und ich glaube, wir werden es schaffen, so viel schneller noch diese Preisbarität hinzukriegen, als wir es halt, ja sagen wir mal, mit dem alten subventionierten Steuergeldsystem geschafft hätten. Ja, genau. Ist das bei euch ein Thema? Also bei uns haben wir die Rohstoffe aus Europa und zum Glück ist unser Weizen nicht aus der Ukraine. Haben wir wirklich gerade Glück gehabt, aber wir haben auch diesbezüglich vielleicht noch kurz einen Abschweifel. Unsere Flaschenproduktion für die Eisteflaschen ist ein Werk in Ukraine, was nicht mehr liefern kann jetzt, respektive gar nicht mehr existiert. Und das sind Probleme, die im Endeffekt dann viele andere Hersteller direkt halt ausnutzen und direkt Preiseröhungen machen von 50 bis 150%. Und das ist schon krass. Also die Warenverfügbarkeit auch bei Verpackungsmaterialien ist ein Riesenthema. Und aktuell ist es halt so, dass wir als Startups und gerade noch ein bisschen kleinere Startups wirklich kämpfen müssen, irgendwie die Rohstoffe zu sichern oder die Verpackungsmaterialien zu sichern, erst recht die nachhaltigen Verpackungsmaterialien, welche sowieso extrem gefragt sind. Und bei unseren Produkten selbst sind, wie gesagt, die Rohstoffe aus Europa und wir arbeiten daran, dass das Protein aus der Schweiz kommt komplett. Es hat Schweizer Anteil dran, aber es ist aktuell einfach noch nicht genügend trennbar. Also es hat mehr mit der Produktion, der Herstellung zu tun. Und da wir noch nicht genügend Mengen abnehmen, auch im Endeffekt, ist es noch schwer, irgendwie diesen Prozess selbst zu verändern, dass es auch preislich irgendwo noch funktioniert. Wir verarbeiten aber auch Schweizer Gemüse in unseren Produkten. Also das unterscheidet uns auch von vielen Herstellern, dass wir wirklich frisches Gemüse in den Produkten drin haben. Nicht in allen, aber in unseren Grundprodukten, Zaytan. Und das Produkt ist aus der Schweiz, sogar aus der Region Seeland, würde ich sagen, um das noch ein bisschen einzuschränken. Und dort haben wir auch oft überlegt, wollen wir das mehr kommunizieren oder nicht, aber haben im Endeffekt gesagt, wir wissen nicht, ob wir das langfristig sicherstellen können. Und deshalb kommunizieren wir das nicht irgendwie too much gegen außen. Vielleicht habe ich da noch eine Anschlussfrage mit dem Preis. Es ist ja oft so, dass vegane Produkte, besonders im Supermarkt, viel teurer sind als die herkömmlichen, das herkömmliche Pendant. Wie beschäftigt ihr euch damit? Also ist es absehbar, dass vielleicht der Preis sich noch verbessern könnte? Also im Endeffekt hat das halt dann viel mit Technologie auch zu tun. Also umso mehr technologische Prozesse eingebaut werden können, umso günstiger lässt sich produzieren, einfach gesagt. Also ist natürlich noch ein bisschen komplexer. Und dann spielt natürlich die Menge eine große Rolle. Wir haben aktuell immer noch viel Handarbeitsschritte im Produkt, haben ein sehr ökologisches Verpackungsmaterial aus Pflanzenresten. Es sind Sachen, die schlussendlich Geld kosten. Und Verpackung ist ein großes Thema, Handarbeit ist ein großes Thema. Ich würde sagen, die Rohstoffe sind nicht das, was die Produkte teuer machen. Und das ist auch so der Trugschluss, dass viele Leute immer denken, die veganen Produkte sollten doch günstiger sein. Und natürlich sollten sie günstiger sein. Aber eigentlich, finde ich, sollte man sich mehr die Frage stellen, sollten nicht alle Lebensmittel teurer sein? Also für mich ist eigentlich der falsche Weg, dass wir mit den Preisen immer weiter runter müssen, sondern wir müssen vielmehr die Frage stellen, was haben wir für ein Verhältnis von unserem Einkommen? Wie viel geht an Miete? Wie viel geht an IT? Wenn ich denke, unser iPhone, das wir fast alle in der Tasche haben, kostet 1000 Franken und die Herstellungskosten, keine Ahnung, ich will keine falsche Aussage machen, aber es ist wahrscheinlich nicht mehr als irgendwie ein Kilo planted oder Outlaws-Produkt oder ein paar Schuhe. Im Endeffekt ist die Herstellung dreckig günstig und wir bezahlen mega viel dafür. Eine Marge in der IT-Branche zum Beispiel von 60% Reingewinn ist okay. Und in der Lebensmittelindustrie reden wir irgendwie von 3-12% Gewinnmarge. Also ich glaube, die Frage, auch politisch gesehen, müsste eigentlich eine ganz andere sein, aber ich glaube auch, das ist ein bisschen eine Utopie, dass dort sich im Großen und Ganzen was verändert kann oder schnell wird. Aber vielleicht auch... Doch, ich glaube, da wird sich hart was ändern. Und zwar relativ schnell. Also Energie geht durch die Decke, Rohstoffe gehen durch die Decke und ich glaube, das hilft extrem bei dieser Preisbarität, relativ schnell gleichzuziehen. Unser Ziel ist ganz klar, dass wir in 5, 6 Jahren günstiger sind als jedes tierische Produkt, also auf den Standardprodukten. und das ist für mich auch eine Vorstellung, die mich extrem antreibt, so zu denken, dass halt so... Ja, nehmen wir irgendwie ein China-Restaurant, das halt wirklich so oft bekannt dafür ist, dass da irgendwie das günstigste Hähnchen reingehauen wird. Weil, wenn das günstigste, texturierte, best schmeckende Material dann ein Planetstück ist, ist das doch genau diesen Impact, den wir haben müssen, um diese Welt noch irgendwie rumzukriegen. Also auf der Nahrungsseite zumindest. Und ich glaube, es hilft uns extrem, dass jetzt diese völlig ineffiziente Tierhaltung halt unter Druck kommt. Was ich mir wünschen würde, ist, dass es politisch noch mehr unter Druck kommt. Weil ich habe so das Gefühl, dass gewisse Länder dann einfach den Subventionskarren nach vorne nehmen und die Futtermühle noch mehr durchfüttern, um die Tiernahrung günstig zu halten. Aber, ja, wenn wir da, glaube ich, genug Druck hinkriegen, auch aus dem Argument Nachhaltigkeit, we only have this one planet, dann kann es echt schneller gehen, als wir uns das gerade vorstellen. Hoffen wir. Hast du auch noch ein paar? Ja, also ich möchte mich dem auch anschließen, oder? Ich glaube, oder man braucht gute Alternativen, aber die müssen preislich auch irgendwie kompetitiv sein. Und im Moment ist die Situation leider so, dass nachhaltige Produkte in der Regel immer teurer sind. Und nicht nur für den Konsumenten, sondern auch für uns als Produzenten und Hersteller. Und ich glaube auch, dass der Preis ein extrem krasses Steuerungselement ist, diesen Wandel sehr viel schneller voranzutreiben. Ja, das denke ich, bei der großen Masse schon auch. Darf ich noch kurz was dazu sagen? Ich finde es auf jeden Fall auch, dass der Preis relevant ist. Aber ich finde trotzdem, man muss hier irgendwie sich immer wieder die Grundsatzfrage stellen, die ich vorhin erwähnt habe. Für was bezahle ich wie viel? Wie viel verdient mein Vermieter an mir, dass ich diese Wohnung nutzen darf? Und wie viel verdienen wir zum Beispiel, wenn wir vegane Produkte, nachhaltige Produkte herstellen wollen? Wie viel verdienen die Mitarbeitenden in den Produktionen? Wie viel können wir sozialen Impact leisten, Projekte unterstützen, wenn die Margen so tief sind? Also ich finde es mega schwer, weil einerseits müssen wir, kurzfristig gesehen ist es mega wichtig, dass die Preise runtergehen. Aber als Grundsatz finde ich es auch sehr schwer, mit mir zu vereinbaren, die Preise weiter runterzusetzen. Weil ich nach wie vor dem Gedanken bin, es kann nicht sein, dass eine kleine Packung, die irgendwie so viele Schritte durchlaufen hat, dann zwei Euro kostet oder so. Also ich finde dieser Ansatz zum Umdenken und zum das Ganze beschleunigen, ja, sicher der richtige Weg. Aber ist das langfristig der richtige Weg? Und ist das das, was unsere Welt langfristig braucht, dass wir noch mehr von allem günstig konsumieren? Oder ist der Weg, dass gewisse Preise halt auch steigen und das ganze Verhältnis, wo geht unser Einkommen hin, sich auch ein bisschen verändert. Also für mich mehr ein Punkt, der auch zum Nachdenken erregen soll, dass man sich diese Fragen auch immer wieder mal stellt. Wenn ich auf die Zeit schaue, würde ich gerne eigentlich das Publikum jetzt involvieren. Wenn jemand eine Frage hat, gerne melden. Sonst habe ich noch ganz viele spannende. Niemand? Gut, das ist aber gar kein Problem. Dann stelle ich euch noch mehr Fragen. Ich habe ganz viele. Auf die Zukunft nämlich. Zum Beispiel bei dir nochmal. Was hast du noch alles in Planung? Im Augenblick hast du ja eher Frauenschuhe. Würde zum Beispiel auch Apfelleder oder überhaupt anderes Leder zum Beispiel für Outdoor-Schuhe sich eignen? Oder hast du schon weitere Projekte? Ja, also das würde sich sicher eignen aufgrund der Eigenschaften. Ja, ich habe natürlich ganz viele Ideen, aber... Das ist gut. Also Herrenschuhe ist immer ein Thema. Ich mache im Moment nur Frauenschuhe und ich glaube eher so in diesem klassischen, ein bisschen eher eleganten Bereich. Und da gibt es, glaube ich, auch viele Herren, die noch einen Anzug tragen und eigentlich gerne ein paar nachhaltige, vegane Schuhe hätten. Sneakers ist ein Thema. Es gibt schon recht viel Wettbewerb auch und ich muss halt wie ein bisschen gucken, auch als Start-up muss man schauen, wie kann ich das irgendwie jetzt auch relativ zeitnah realisieren. Und es ist halt im Moment einfach unter den Rahmenbedingungen, die aktuell herrschen, mit den ganzen Lieferketten, mit dem Rohstoffmangel und so weiter. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Produktion, sondern auch auf die Entwicklung. Und das ist einfach im Moment recht schwierig, da rasch etwas zu entwickeln. Und da gibt es ganz viel, das ich im Kopf habe. Ich fliege jetzt gerade nächste Woche in die Produktion nach Portugal. Ich produziere in einem kleinen Familienbetrieb in Portugal und da werden wir diese Themen dann in Angriff nehmen. Aber es wird schon auch mehr als zwei, drei Wochen dauern. Gut, wir freuen uns auch. Und bei dir, Kevin, ihr habt ja schon verschiedene Richtungen ausprobiert, hast du gesagt. Ich finde es besonders spannend, Bakery, Bakery ist jetzt im HB. da erreicht ihr ja viele Menschen, die nicht unbedingt ein veganes Gipfeli kaufen möchten, sondern einfach irgendwas. Also bei der Bakery-Bakery ist auch ganz klar das Ziel, dass wir eine, unsere Vision ist, wir wollen schweizweit eine CO2-neutrale Alternative zur normalen Bäckerei erschaffen. Und dort versuchen wir wirklich die Produkte eins zu eins zu kopieren. Es geht dort nicht um irgendwie die gesündesten, wir wollen nicht zuckerfrei oder glutenfrei oder raw sein, sondern wir wollen einen Schinkengipfel, der genau ist wie ein Schinkengipfel. Wir wollen einen Nussgipfel, der genau ist wie ein Nussgipfel. Weil ich glaube, dort muss der Mensch anfangen, sich zu verändern. In diesen kleinen Gelegenheitskonsumen. Also wie so ein Schinkensandwich, wenn du ein veganes Sandwich kaufen kannst, das genauso gut schmeckt. Also ich glaube, der Menschen das Filet oder das Steak wegzunehmen, ist ein längerer Prozess und ein schwieriger Prozess und auch nicht diesen Prozess. Das sind meistens nicht die Produkte, die aus der riesen Massenindustrie kommen, sondern mehr Produkte, für die die Menschen auch gerne mal Geld ausgeben und ein bisschen nachhaltiger sind. So nachhaltig, wie das halt geht im Fleischbereich. Und ich glaube, mit Sachen, wie ihr gestartet habt, mit geschnetzeltem Döner, wo wir auch damit gestartet haben, Döner, geschnetzeltes Nussgipfel oder Produkte, die einfach zu ersetzen sind, die du keinen Verzicht verspürst, also die du einfach konsumieren kannst, in einem Zürich geschnetzelt oder in einem Kebab mit Soße, dann hast du nicht das Gefühl, ich muss auf irgendwas verzichten, weil wir sind sehr gewohnheitsorientiert. Und mich fragen auch viele Leute, wieso muss das immer wie Fleisch, die tausendmal Frage, die wir nicht mehr beantworten wollen. Und eigentlich ist es so logisch, dass wir, wir sind dann seit Jahren an das gewohnt, wir sind so aufgewachsen, das ist, unsere Teller müssen gefüllt sein mit Stärkebeilage, Gemüse und Fleisch. Und sonst fehlt irgendwas. Und ich glaube, um dies herzustellen, müssen wir Fleischersatzprodukte herstellen. Und ich glaube auch, dass das eine Übergangsphase ist, Fleischersatzprodukte. Ich glaube, es wird es, keine Ahnung wie viele Jahre, vielleicht 20, vielleicht 50 Jahre, vielleicht zwei Generationen, drei, ich kann es nicht sagen, geben. Und ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass sich dann eine Ernährung entwickeln wird, die nicht mehr auf Ersatzprodukte basiert, sondern ganz neu gedacht ist. Es sind viele Forschungen in diesem Bereich am Laufen, mega spannend, es gibt sehr viele Theorie, aber aktuell ist es trotzdem noch Glaskugeln lesen und man kann es nicht genau sagen. Aber ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, wie lange wir Fleischersatz konsumieren, aber sicher noch genügend lange, dass es Sinn macht, noch da weiter aufzubauen, auf jeden Fall. Und bei euch, ihr seid jetzt nämlich schon in sechs Ländern, was sind eure Pläne? Ich glaube, Kevin sagt es ganz gut, Touchpoints zu kreieren mit Konsumenten, also mit, sei es am Habe, mega geil diese Bakery, oder? Weil ja, es geht einfach darum, ich glaube, der Mensch will, ja, dann will man Gipferli zusammen Kaffee, da musst du diese Leute abholen, die sich eigentlich nicht kümmern, ob da Butter drin ist oder nicht, aber gibt es halt einen ohne Butter, oder? So eines meiner Lieblingsprojekte letztes Jahr bei uns war der Currystrudel, den wir zusammen mit einer Großbäckerei gemacht haben. Aber da geht es halt darum, dass wir auf Tankstellen, bei Bahnhöfen, auf dieser heißen, auf dieser Hot-Snack-Theke liegen, oder? Und wenn man da eine bessere, in Zukunft, ich weiß, Preis sollte nicht alles sein, aber sagen wir, es ist günstiger, als das mit 20 Gramm zerschnetzeltem Tier drin, irgendwie pflanzlich, schmeckt besser, dann haben wir es geschafft, oder dann kommen wir da hin und bringen, glaube ich, die Leute zu diesem nachhaltigen Konsum über eine Wahlfreiheit, nicht über Zwang. Wie es mit Planted weitergeht, wir wir sind so schnell aus der Schweiz rausgewachsen, auch weil unsere Proteine aus Europa kommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir schlussendlich dann da produzieren, wo die Proteine wachsen und wo die Nachfrage ist. Die nächste Produktion planen wir gerade im europäischen Raum, nördlich von hier. Die Schweizer Produktion haben wir gerade ausgebaut, machen wir jetzt 1000 Kilo die Stunde in Kemptal. Die ist übrigens unter einem Glashaus gebaut, kann man im Planted Bistro Mittag essen und zuschauen, wie nebenan Planted produziert wird. Da sind wir sehr transparent drauf und mega stolz, dass wir da Leute begrüßen dürfen, auch Vereine und Gruppen und so. Dass diese Produktion weiter Vollgas läuft, ist klar. Ich glaube, hoffentlich gibt es dann auch noch eine zweite Schweizer Produktion, aber ich glaube, was uns ausgezeichnet hat, unter anderem, ist, glaube ich, dieser Mut, ein bisschen in die Zukunft zu schauen und zu sagen, okay, in einem Jahr haben wir dreimal so viel Nachfrage, also bauen wir jetzt für die dreimal Nachfrage. Dafür braucht es natürlich auch Investoren und deshalb sind wir so auf diesem ein bisschen Hyperloop fast-tracked, aber ja, schlussendlich geht es um Touchpoints zu kreieren und ob es die in London sind, in einem Dreisternerestaurant oder wenn man auf der U-Bahn steigt und irgendwie Würstchen im Brot kauft, all diese Touchpoints wollen wir kreieren und irgendwie möglichst mit unserer Marke in Verbindung bringen. Und wie seht ihr das mit der Konkurrenzentwicklung? Also euch beiden, ihr seid ein bisschen Konkurrenz, aber doch habt ihr ein bisschen eine andere Zielgruppe. Seht ihr viele neue Startups? Wie seht ihr das, wenn die Großen, die Detailhändler ihre Eigenmarken machen? Möchtest du starten? Darf ich kurz? Ich glaube, Eigenmarken ist so, was das halt passiert, wenn ein Produkt eine Commodity wird, wenn es, ich meine, Hühnchen kann jeder großziehen und schlachten und dann kann man sie irgendwie unter der Eigenmarke mit weniger Marge anbieten oder unter einer Marke und darauf versuchen, etwas zu erzählen, einen Mehrwert zu erzählen. Ich glaube, unsere Produkte haben im Moment den Anspruch auch an sich selbst, dass wir über die Marke etwas Zusätzliches kommunizieren können. Was anderes allerdings als Eigenmarken von Retailern, die einfach eine Commodity anbieten und so, sagen wir mal, so ein paar Jahre zurückgebliebene Technologie anbieten, ist für mich die Gefahr von, meistens sind es halt so traditionelle Proteinanbieter, also Fleischhersteller, die irgendwie finden, ich mische da 20, 30 Zutaten zusammen, nenne es noch Wurst oder weiß auch nicht was, schmeckt völlig lächerlich daneben, da würde niemand bei Sinnen täglich essen, aber es ist halt so, oh, diese Kategorie wächst, ich mache mal ein Produkt, ich habe noch bessere Marge auf meinen toten Tieren und haue es in ein Regal rein. Der Retailer nimmt es auf, weil er denkt so, ja, diese Kategorie wächst, ich brauche ein paar neue Produkte und ich verdiene mehr als 40 Prozent dann, also nehme ich es rein und mache damit die Kategorie grundsätzlich kaputt, indem die Leute, die das mal probieren und irgendwie es schmeckt nicht, gehen dann halt, also Generationen meiner Eltern, denken dann halt so, ja cool, ich esse jetzt einfach mehr Brokkoli und Kirchererbsen, statt halt diese Kategorie, die sich gerade so recht schön entwickelt hat, wieder mal was anderes auszuprobieren. Und das macht mir viel mehr Sorgen zu diesen, ja, sehr einfachen, schlechten Produkten, die man irgendwie noch mit Aromastoffen so schmecken lässt, wie das tierische Original mal geschmeckt hat. Ja. Das macht mir echt Sorgen. Mhm. Und sonst, wie siehst du so Konkurrenzentwicklung, man sagt ja auch Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, ich finde es eigentlich nicht schlecht, weil ich glaube auch, dass es Sinn macht, umso mehr vegane Produkte, gute vegane Produkte im Laden sind und wir haben definitiv einen anderen Anspruch. Wir wollen Fleisch kopieren, wir wollen den Geschmack nachbilden. Wir können hier unten bei unserem Stand, ich glaube, wir haben noch veganes Trockenfleisch probieren, was wir gerade neu entwickelt haben, was auch rauskommen wird. Und dort ist ganz klar das Ziel, mit natürlichen Aromastoffen auch den Geschmack von Fleisch zu kopieren. und unser Grund dabei ist ganz klar, dass wir sagen, dass die Gewohnheit, dass wir den Menschen eigentlich zeigen müssen, wenn du das gleiche Produkt den vegan haben kannst, vielleicht günstiger, gesünder, nachhaltiger, hast du keinen Grund mehr zum Original zu greifen. Also eigentlich ein ähnlicher Ansatz. Und zur Konkurrenz finde ich halt, es belebt den Markt, wie du sagst. Also ich finde es eigentlich spannend, durch den Impact von Planted zum Beispiel, hat es so viel Aufmerksamkeit zu dem Thema gegeben, was auch uns gut tut. Also viele Leute, die durch Planted einmal ein veganes Produkt produziert haben, kaufen vielleicht jetzt einen Planted Pulse und einen Outlaws Speck und machen dann einen Burger. Also, danke. Und ich glaube, im Endeffekt sehe ich das nicht als schlecht. Und auch bei der Bakery, unser Ziel ist eigentlich, so nahe wie möglich an einer anderen Bäckerei zu sein, um auch diese Kundschaft abzuholen. Und ich mache auch hier gerade ein Versprechen, wir werden in Zukunft in der Bakery einen Monat machen, wo wir jeden Gutschein, jede Treuekarte und alles von allen Bäckereien in der Schweiz bei uns einlösbar sind. Also das geht ein bisschen darum, dass wir zeigen, hey, kommt doch der elfte Kaffee hier gratis holen und dann schaut mal, ob der auch schmeckt. So viel zu dem Thema. Und sonst, die Konkurrenz von der Fleischindustrie, finde ich auch beängstigend, weil halt auch sehr, sehr viel Geld vorhanden ist. Also im Endeffekt Entwicklung gleich Geld. Und das Problem ist halt ein bisschen, dass die werden auch komplett noch umsteigen, die warten zum Teil noch, zum Teil sind sie schon drin. Also bei großen Schweizer Fleischherstellern ist zum Teil schon 30% des Umsatzes durch vegane Alternativen. Und das Gefährliche ist halt ein bisschen, dass die so machen und die Anlagen sind umgestellt. Ich meine, wie du sagst, mit extrem vielen Zusatzstoffen oder Zutaten ist es auch möglich, auf einer Fleischanlage direkt ein veganes Produkt zu machen, im genau gleichen Verfahren. Und wenn ich aber an die ganze Welt denke, denke ich auch, es ist wichtig, dass die auch drauf aufspringen und mehr vegane Produkte machen, weil nur so, nur wenn die Wirtschaft richtig mitzieht und alle Zweige richtig mitziehen, ist ein Umdenken möglich. Also ich bin irgendwie hier gespalten zwischen Unternehmer, wo ich sage, bitte nicht, und Privatperson, wo ich sage, unbedingt. Wie sieht es in deinem Feld aus? Ja, also ich bin im Moment die Einzige, die so elegante Schuhe aus Apfelleder herstellt, aber eben, es gibt natürlich andere Modelle und ich, also Sneakers beispielsweise, wo es schon recht viel gibt. Und ich glaube auch, es ist eine Frage der Zeit, bis dann irgendwann auch die großen Brands irgendwie das machen werden. Und das wird wahrscheinlich dann so laufen, so in dem klassischen Greenwashing, dass man sich dann irgendwie so ein Modell rauspickt und einfach das Material ändert und dann das wahnsinnig nachhaltig verkauft. Ich glaube, wie als Marke kann man sich versuchen abzusetzen, indem man halt wirklich irgendwie sagt, ja, bei uns ist es nicht nur das Material, sondern wir versuchen, es sind auch die Arbeits, die fernen Arbeitsbedingungen und so weiter. Und ich glaube, so schnell haben dann die großen Konzerne gerade diese Prozesse nicht umgestellt. Und da ist es aber, glaube ich, auch in der Verantwortung dann des Konsumenten, das irgendwie zu erkennen und auch wertzuschätzen. Ja. Wir hätten jetzt noch einmal Zeit für eine Frage aus dem Publikum. Ah, Moment. Ich nehme mir das mal. Pascal, bis jetzt von dir, ja. Echt hoch. Oder du musst einmal hier hin. Genau. Besser. Ja, besser. Pascal, bis jetzt habt ihr ja mit eurem Fleisch hauptsächlich Processed Meat ersetzt. Wie schaut es bei euch in der Forschung aus in Bezug auf High Quality Meat, Steakersatz, Filetersatz und so weiter? Ist das etwas, wo ihr in eine Richtung gern forscht? Und wie schaut es aus im Prinzip? Ja, dieses Steak ist so der heilige Gral, sagen wir immer. Und unser Anspruch ist halt nicht, dass wir so dieses, wie sage ich jetzt das, ohne ein anderes Produkt zu erwähnen? Hey, nichts gegen den Weizen, gell? Aber so ein Gluten-Steak herzustellen, das schafft man. Also, ich glaube, da musst du nicht allzu lange an der ETH oder in Werdenswil gewesen sein, um ein Steak herzustellen, das man jetzt kaufen kann. Das ist einfach nicht unser Anspruch, wenn wir Fleisch aus Pflanzen machen. Unser Anspruch wäre dann, dass es diese kleinen Explosionsmomente im Mund, wenn man ein Tier isst, dass es dann das auch abbildet. Und dass es vielleicht unregelmäßige Fettschichten drin hat, die nicht einfach schmelzen und ins andere Gewebe übergehen, wenn man es erhitzt, was bei Pflanzen oft noch der Fall ist. Und da arbeiten wir an verschiedenen Technologien. Wir haben jetzt gerade zwei Patente in Kanada dazuholen können ins Portfolio. Da arbeiten wir drauf auf das Science-Team, dass wir diese Technologien integrieren. Im Moment, was die nächsten Produkte sind, die wir machen oder die rauskommen, sind so eher in Richtung größere Chicken-Stücke, die zusammen wachsen. Also ohne die Inhaltsstoffe oder mehr Inhaltsstoffe zu verwenden oder irgendwie noch Gluten dazu zu nehmen, um das irgendwie größer zu machen, wollen wir größere Faserungen herstellen, so Chicken-Tender-Style und die dann lancieren. Also das kommt noch dieses Jahr. Und halt allgemein sind wir der Überzeugung, dass wir über Technologien, sei das Mycelium, sei das Pilze oder gewisse Fermentationsmöglichkeiten, gibt uns die Natur und die Wissenschaft noch echt viele Möglichkeiten, näher ans Original oder ans Tier herzukommen. herzukommen. Hattest du die Frage, wer antwortet? Gut. Gut, dann sind wir leider schon am Ende unserer Zeit angekommen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Zeit und wünsche euch noch ganz viel Erfolg und viel Freude auf jeden Fall bei euren Projekten. Dankeschön. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020